Die beiden Programme mag Dämon nämlich am liebsten. Und ob es zur Not auch auf Sony Vegas Studio geht. Oder so, keine Ahnung, was das Scheiß heißt. Ich kann mir so 600 Programme nicht illegal umsonst runterladen, das ist mir zu teuer. Mir ist umsonst noch zu teuer! Ich möchte dafür bezahlt werden, dass ich illegal Software runterladen. Das kann ich mir wohl erwarten. Ich bin schließlich ein ehrlicher, nicht zahlender Kunde. Das zahlt nämlich ehrlich nicht. Was war das denn da hinten? Das ist aber kein Standardgegner. Ich gucke in die falsche Richtung. Bin der Hans, guck in die Luft. Ich weiß auch nicht. Ich explodiere, du, was auch immer du bist. Ich kenne das Spiel voll genau, deswegen weiß ich genau, was das für ein Gegner ist. Das war einer, der fliegt. Und schießt. Und schießt. Ich bin fest wie ein Schraubkringenstock. Ich bin fest wie ein Schraubkringenstock. Ich bin auch betrunken wie ein... Keine Ahnung. Wie ein Betrunkener. Das war aber nicht nett. Das ist genauso wenig nett. Ich habe übrigens Solaris. Und Amel. Wie ein Panzer. Das kommt so unerwartet. Wie ein Panzer. So plötzlich. Hier habt ihr Solaris. Das ist irgendwo eine Wehrung im Spiel. Da bin ich mir sicher. Nehmen Sie ruhig um als Mountain. Es kommt der Schraubkring. Dasieht doch M-R-S-L. M-R-S-L. W-N-S-L-L. W-W-In-S-L. So ungenau. Vorraffern zum Maren! Es hält! Ja! Es hält! Es hält doch nicht! Ich bin so kurzsichtig! Aber diesmal ganz schnell rein! Erstmal das Kanonending zerstören und die Nacken nicht ungemein und dann ganz schön die Panse! Ich hab noch Zeit!